Hallöchen Leute hier ist Sachsen und wir spielen weiter mit Balladalent 2 haben wir in der letzten Folge diese eine Quest schon wieder gesucht durch zwei Folgen schon? Drei? Vier? Ich glaube drei ich würde sagen mehr geht noch bis ich weiß echt übertrieben nicht überall ich hoffe überall wenn ihr hat irgendwie ich habe das schon wahrscheinlich dreimal durch gemacht aber irgendwie das erste mal wo ich kann diese Quest nicht erfüllen wir haben dreimal schon gemacht früher aber jetzt hatte ich eine lange Pause welche habe ich das gezockt machen wir eine andere Quest ja haben wir sind die dritten ich habe schon gedacht Sanctuary haben wir jetzt zwei und ne ne ich werde nicht auf die End hä wir waren doch hier oder die ah die Flaggen ja alles klar wir müssen die Flaggen machen wo ist der nächste? ah da unten ok jajaja ich weiß nicht was für Level sind die aber mal sehen jetzt wo die Flagge angebracht ist bleib bei dem Generator und die Flagge ganz oben ist feierlich du bist selber Opfer! du Opfer! hä? du bist selber Opfer! du Opfer! hä? ohappa! ich bin der der am Ende üblichen Zeit nie du Opfer! Mi Du opfer! hihihi Tschüss! du 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 we du wir Die machen dich. Wow, 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 wow. Oh. Shit. Ey, du willst mich ja nicht erleben. Alter, die sind immer mehr. Au, au. Ha. Mhm. So, Shark war auch für mich nett. Okay, danke. Oh, was hast du schon jetzt? Ach, schaut, warte. Aber ich kann dir den verkaufen noch. Nice. Oh. Eridium. Helfen wir einmal. Jetzt müssen wir an... Wie kann er am schnellsten dahin gehen? Es gibt irgendwie Abkürzungen, glaube ich. Aber... Wie... Weiß ich nicht. Na ja, kannst du mal ein bisschen schla... Äh... Die Daumen machen. Ich glaube, muss ich da nach oben gehen. Aha. Ich bin der, der am Ende übrig bleibt. Gut. So. Oh. 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 So. Oh. 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 So. Du lebst noch Nein, vergess es, du wirst mich ja nicht leben, am Leben bleiben. Bleib bei dem Generator, bis die Flagge ganz oben ist, zeichnet uns unsere Flagge einholen, kümmert euch drum! Fekta! 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 Alles? Ich habe schon gedacht. Fekta! 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 Ja komm! Hallo! Ich bin oben! Lol! Der bringt sich selber um. Ja.. Oh! Habe ich Hatshocke oder was? Oh, das war Headshot, habe ich schon gesehen. Die nächste wäre da. Oh, habe ich getroffen, trotzdem. Nice. Wo ist der? Ah, gleich wir sind fertig. Ich habe gedacht, werde schon langweilig. Na komm, komm, komm. Okay, das wird nice. Du hast es geschafft, mit Streffing-Generator. Wie cool das hat sich gefühlt. Oh ja. 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 Oh, ich bin voll. Ah ja, toll. Halbsterwild. Juhu. Die nächste Quest werde weit weg. Äh, Sanctuary Block here. Wirst du mich verraschen? Oh, voll in die edlen Zeile. Ich weiß nicht, aber manchmal sind solche Bugge, ich kann keine Mission ändern. Weil ich in Kampf bin ich, oder was? Was ist das? Scheiß. Jetzt vielleicht. Versuchen wir. Hä? Wieso wir verarschen? Hä? Wieso die? Das kann ich hier ausfüllen. Hier kann ich schon machen, aber hier nicht. Letzte. Wirst du mich verraschen? Ohne Scheiß. Äh. Äh. So. Es heißt. Das Rundspiel. Das ist diese verloren. Scheiße. Das ist scheiße. Der Orkisch Haus. Wird ich kurz schauen. Da gibt es nur eine Quest, aber mal sehen. Wo? Alter. Das war ein bisschen mehr als zu viel zu Schuss. Äh. Und jetzt machen wir, wie wir es wollen, ja? Äh. Diese Orkisch Haus. Ähm. Haul. Awesome. Gehen wir jetzt aus. Oh. 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 Assa. Nein. Wo ist diese Scheiß? Lol. Ich bin jetzt mal. eledёл. Ob. Ob? 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 Danke. So und, ach so, da ist die, die sind oben, ich denke, hä, wo ist die, okay, gut zu wissen. So und jetzt machen wir das und, ah ja cool, hab ich Level abbekommen, gell, ja. Das ist Nachladengeschwindigkeit, machen wir das, ja. Ein neuer Tag, eine neue misslungene genetische Abscheuigkeit. Jo. Zeit, 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 die Sache zu beenden, Untertan, wir treffen uns in Iridium Blade. Okay, gut, das haben wir schon erledigt. Das mag alles Schwachsinn sein, aber der ist verdammt unterhalten. Gehen wir alle ab, dann ist es besser. Ich bin doch. Mach ich, mein Schatzi. Ja, mal sehen. So, guuuuut, was für Quefs haben wir ja noch. Das Rollenspielen, ja, das ist ein bisschen scheiße gemacht. Nochmal, okay, verloren Schatz, das ist scheiß Quefs, das mach ich nicht mehr. Hauptmission. Aber hier habe ich noch ein Insektualer, habe ich noch Missionen. Kehr zurück zu Scooter? Okay. 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 Ich habe meine süßen Worte mit diesem Echo-Gerät aufgenommen. Such Daisy und spiele es ihr vor. Und du musst unbedingt abwarten, wie sie reagiert und es mir erzählen. Okay? Okay. Okay. tim. Okay. Okay. gedarmen umgeben ich erhänge mich an meinem graf nur deines wegen lässt du mich nicht bei dir mein rohr verlegen das ist wirklich entschuldigt du mich für einen moment grauenvoll dass sie musste sich umbringen das gedicht hat dir also nicht gefallen das verstehe ich nicht ich fand es ziemlich gut ja aber manche finden das nicht so toll aber ich habe gefunden zu kratzen ein bisschen grauenvoll ok jeder machen seine art aber ja warte 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 wahrscheinlich schon wir haben ja geschafft haupten sind ja klar und noch eine sexual das machen wir trink bier ok wieso nicht drei bier muss ich trinken aber wo bier erkaufen schade ok dass diese mission schade we So, und jetzt. Ja, genau, Rede zur Wand. Tolle Idee, echt fucking toll. Okay. Oh, das. Also, jetzt geht's um Waffen. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg, das weg. Piste und Reife. Hm, ne, verkaufen wir, das auch. Okay. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders reinkommst, lass ich dich töten. Wow. Ja, der ist nicht nagell. Hä, ein Schuss? Wooh. 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 Wooh, wooh. Sind die wütend. Schwing dein süßen Hintern wieder hier her. Dann sehen wir wie wir diesen Krieg beenden. Also, erst mal habe ich einen Fehler gemacht, weil ich ja bald was denn das genommen. Und ich bin immer noch eingedrungen. Ja, mit Bazooka geht es viel schneller, aber der Beschissene ist mir eigentlich die Bazooka die haben nur einen Schuss. Ah ja, halb so wild. Gibt es Schlimmeres. So. Nö. Genau. Okay. Hey Kumpel, wir haben die Settlers am Bahnhof von Lynchburg im Fadenkreuz. Triff uns dort und wir beenden diese Clan-Fäde ein für allemal. Nur eine Bande wird das überleben, du entscheidest welche. Sobald die Schießerei beginnt, schießt du einfach auf die Seite, die dich am meisten nervt. Und Vorsicht, sobald der Kampf läuft, kannst du erst weg, wenn eine der Familien tot ist. Wer mich meist nervt, ist die... Die grünen, ich finde die grünen ziemlich cool, sage ich euch. Die andere finde ich äh... Klotzenscheiße. Ich weiß nicht, wie es da aber ist so. Ah, mein treuer Soldat, bist du hier, um mir zu helfen, diese Hinterwäldler auszulöschen, was? Was zur Hölle heißt hier dein Soldat? Das ist unser Soldat! Ein Scheißdreck ist er! Wir hören nicht mehr auf sofort Lügen! Bringen wir die Sache zu Ende! Das reicht! Erschießt Hector! Zum Teufel nein! Erschießt Meg! Fick dich! Erschießt diese hooter Bastarde! Nein! Erschießt die Suffords! Sie haben die Trauerfeuer meines Jungen gesprengt! Die haben unsere Häuser niedergebrannt! Erschießt ihn! Erschießt ihn! Erschießt ihn! Äh... Jetzt weiß ich wem! Dich! ... Wir machen Siegplatz! Für dich lustiger! Ich wusste, letztendlich bist du ein Zephyr! Lass uns reden! Das hast du prima gemacht heute! Das ist ein Familienerbstück! Nutze es sinnvoll! Ja! Ich verkaufe ihm! So! Haben wir jetzt schon erledigt! Finde ich toll! Hey! Moment! So Leute! Ich werde sagen! Diesmal das war ein bisschen lange apart! Geht das? Ich weiß nicht! Wieso vielleicht diese Umgebung habe ich noch nicht entdeckt! Blick holen! Könnte sein! Und das habe ich auch nicht! Das finde ich scheiße! Also... Wir machen nächste Folge! Mit Hauptmission weiter! Weil das weiß ich nicht! Wollen wir das dann lassen wir einfach so wie ist! Oder das... 23... Ne! Machen wir nächste Runde diese... Die Runden machen wir nächste Woche durch! Nächstes Mal! Und ja! Wir sehen uns! Und... Nächstes Mal Leute! Tschüssi!